so dann machen wir mal schön sauber weiter wenn outlaws 2 outlaws 2 wistelblower können wir das teuer anschmeißen? ne alter ist das hier dunkel, ey, Hammer herrlich ah, hier kriegen wir die Seelräuche wir haben es immer noch halb sieben da oben boah, lecklicher Marsch, ey scheiß Batterien, ey jessica und lynn da geht einfach mal so auf pick up music box das war jessicas na, ob der zu gut ist na klar jetzt, oh, was haben wir hier, haben wir einen schönen text oh, was ist denn jetzt los oh, alter oh, was oh, heftig oh, die Zeit geht aber da auch nicht voran oh, die Zeit geht aber da auch nicht voran da wird ja gar nicht mehr gerechnet, ey ja, hier können wir durch bescheuert oder bescheuert da draußen haben wir Schnee hier ist eine Tür, aber ich brauche Batterien es wäre schön, wenn ihr welche liegen oh, die schlafen jessica auch ein Batterien so, und sieht schlecht aus oh, Gott jessica wer hängt denn da, am seitenen Fahnen, äh, ja, was war das, ey, komm mal hier durch, ah, rein, alter, wohin, ach, du scheiße, äh, Junge, wohin, ah, da rüber, komm, 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 tuckt, ne, Ja, sehr schön. Auch wie damals. Sehr, sehr kurz auf jeden Fall die Demo. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass man, ähm, wenn man durch die Tui geht und der Typ kommt, dass man da unten, hätte man sich noch ein bisschen umgucken können. Und da in die Felder, da gab es auch eine Menge, was man hätte mal sehen können. Oder dass man da durch ein Haus rennen muss und dann durch den scheiß Wald da oder Feld. Ich sage mal, da hat man eine Menge verpasst. Da hätte man noch viel mehr gucken können mit der Kamera. Aber so ist es halt. No, das war's. Ich hoffe, es hat es euch gefallen. Dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.